Hallo, mein Name ist Tilman und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute, Valentinstag. Eine Erfindung der Blumenindustrie oder des heiligen Valentinus. Der Valentinstag wird am 14. Februar begann. Das Brauchtum dieses Tages geht auf das Fest des heiligen Valentinus zurück, eines Märtyrers, in dessen wissenschaftliche Lebensdarstellung möglicherweise die Lebensverläufe mehrerer Märtyrer dieses Namens zusammenflossen. Der Gedenktag des heiligen Valentinus am 14. Februar wurde von Papst Gelasius im Jahre 469 für die ganze Kirche eingeführt. 1969 wurde dieser jedoch wieder aus dem römischen Generalkalender gestrichen. Verbreitet gibt es jedoch um den Valentinstag herum Gottesdienste, in denen Ehepaare gesegnet werden. Herleitung Im Märtyrerverzeichnis werden in Verbindung mit dem 14. Februar Biografien verschiedener Märtyrer namens Valentinus angeführt. Beispielsweise die Vita des heiligen Valentin von Rom, der das Martyrium erlitt, weil er Soldaten traute, denen das Heiraten verboten war und weil er während der Christenverfolgung im römischen Reich Gottesdienste für Christen feiert. Gemäß einer Legende hallte er während seiner Gefangenschaft die blinde Tochter seines Aufsehers und schrieb ihr vor seiner Hinrichtung zum Abschritt einen Brief, der mit »Dein Valentin« unterzeichnet war. Das Fest des heiligen Valentinus wurde erstmals im 14. Jahrhundert, als die Tradition der höfischen Liebe florierte, mit der romantischen Liebe assoziiert. Im England des 18. Jahrhunderts entwickelte es sich zu einer Gelegenheit, bei der die Liebenden ihre Liebe füreinander zum Ausdruck brachten, indem sie einander Blumen und Süßigkeiten schenkten und Grußkarten, sogenannte »Valentines« schickten. In einigen Regionen Europas schenken sich Liebespaare Valentinsschlüssel als romantisches Symbol und Einladung zum Aufschließen des Herzens des Schenkenden. Auch Kinder erhalten solche Schlüssel, um Epilepsie abzuwehren, die auch »Sankt Valentinskrankheit« genannt wird. Heute verwendete Valentinstag-Symbole sind Gegenstände mit herzförmigen Umriss, Tauben und die Figur des geflügelten Liebesboten Cupido. Seit dem 19. Jahrhundert sind handgeschriebene Valentinsgrüße den in Massen produzierten Grußkarten gewichen. Der Valentinstag ist ein Fest in der anglikanischen Gemeinschaft und der lutherischen Kirche. Viele Teile der orthodoxen Kirche feiern auch den Valentinstag, jedoch am 6. Juli und am 30. Juli zu Ehren anderer heiliger Valentins. Der heilige Valentin Es gab mehrere frühchristliche Heilige, die Valentinus hießen. Für den 14. Februar finden sich Valentin von Rom und Valentin von Terni, wobei möglich ist, dass es sich um denselben Heiligen handelt. Valentin von Rom war Priester in Rom, der 269 den Märtyrer-Tod erlitt und auf der Via Flaminia begraben wurde. Die Reliquien des heiligen Valentin wurden in der Kirche und in den Katakomben von San Valentino in Rom aufbewahrt, das während des gesamten Mittelalters ein wichtiger Wallfahrtsort blieb, bis die Reliquien des heiligen in die Kirche von Santa Placele überführt wurden. Die mit Blumen gekrönte Schädelreliquie des heiligen Valentinus wird in der Basilica Santa Maria in Cosmedin in Rom verwahrt. Andere Relikte befinden sich in der Karmelitenkirche in Dublin. Valentin von Terni wurde Bischof von der römischen Stadt Interamna, dem heutigen Terni. Er soll im Jahr 273 den Märtyrer-Tod erlitten haben. Er ist ebenfalls auf der Via Flaminia begraben, aber in einem anderen Ort als Valentin von Rom. Der Literaturwissenschaftler Jack B. Oroch stellte fest, Biografien der beiden Heiligen seien in beinahe jeder Kirche und jedem Kloster Europas zu finden gewesen. Der Gedenktag des heiligen Valentin wird in verschiedenen Konfessionen begannen und findet sich auch im heiligen Kalender einiger lutherischen Kirchen. 1969 wurde das Fest des heiligen Valentin aus dem römischen Generalkalender gestrichen. In Jahren, in denen der Gedenktag liturgisch nicht von einem anderen verdrängt wird, finden jedoch zuweilen besondere Wortgottesdienste mit Segnung statt. Der Gedenktag wird noch in der außerordentlichen Form des römischen Ritus gefeiert, außerdem in Balsan auf Malta, wo Reliquien des Heiligen verehrt werden. In den östlichen orthodoxen Kirchen, in denen des heiligen Valentin von Rom gedacht wird, wird dieses Gedächtnis am 6. Juli begann, das des heiligen Valentin von Terni am 30. Juli. Hagiografie Gene C. Cooper schreibt im Wörterbuch des Christentums, der heilige Valentin sei ein römischer Priester gewesen, der eingesperrt wurde, weil er verfolgte Christen unterstützte. Zeitgenössische Aufzeichnungen über den heiligen Valentin wurden höchstwahrscheinlich während der Christenverfolgung im frühen 4. Jahrhundert zerstört. Im 5. oder 6. Jahrhundert wurde in einem Werk mit dem Titel Passio Marie e Mate ein Martyriumsbericht über den heiligen Valentin von Rom veröffentlicht. Er besagt, dass der heilige Valentin als Christ verfolgt und vom römischen Kaiser Claudius II. persönlich verhört wurde. Claudius war von Valentin beeindruckt und versuchte ihn zum römischen Heidentum zu bekehren, in der Absicht, sein Leben zu retten. Valentin lehnte ab und versuchte Claudius stattdessen zum Christentum zu bekehren. Aus diesem Grund wurde er hingerichtet. Vor seiner Hinrichtung soll er ein Wunder vollbracht haben, indem er Julia, die blinde Tochter seines Aufsehers Asterius, heilte. Julia, Asterius, ihre gesamte Familie und die Bediensteten, insgesamt 47 Personen, kamen dadurch zum Glauben an Jesus und wurden getauft. Assoziationen mit der romantischen Liebe Trotz der Behauptungen vieler Autoren gibt es keine Belege auf eine Verbindung zwischen dem römischen Fest, Glubakalien und dem Valentinstag. Die ersten romantischen Konnotationen kamen mit Chancers Gedicht Parliament of Fools, Parlament der Vögel, über den heiligen Valentin in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts auf. Man vermutet Verbindungen mit einigen griechisch-römischen Festtagen im Februar, die angeblich der Fruchtbarkeit und Liebe gewidmet gewesen seien. Aber vor Chancers konnten bisher keine Verbindungen zwischen dem heiligen Valentin und der romantischen Liebe bestätigt werden. Im römischen Reich waren die Lubakalien ein antiker Fruchtbarkeitsritus und wurden um den 13. bis 15. Februar in Rom gefeiert. Das Fest galt auch der Juno Februata, der Reinigerin. Papst Gelasius schaffte die Lubakalien am Ende des 5. Jahrhunderts ab. Helden Butler behauptete in seinem Werk Lives of the Principal Saints ohne Verweis, Frauen und Männer hätten während der Lubakalien Namen aus einem Krug gezogen, um sich mit dieser Person zu vermehlen, woher sich die heutigen Bräuche des Valentinstags ableiten sollten. Tatsächlich sollen sie aber aus dem Mittelalter stammen und somit nichts mit den Lubakalien zu tun haben. Laut Jack B. O'Rodsch könne die erste belegte Assoziation romantischer Liebe mit dem Valentinstag auf Geoffrey Chaucer's Parliament of Fools 1382 zurückgeführt werden. Es geschah am Valentinstag, als jeder Vogel kam, um seinen Partner zu wählen. Geoffrey Chaucer's Parliament of Fools 1382. Chaucer schrieb das Gedicht, um den ersten Jahrestag der Verlobung von König Richard II. von England mit Anne von Böhm zu würdigen. Der Ehevertrag wurde am 2. Mai 1381 unterzeichnet. Die Leser des Gedichts hätten angenommen, so Jack B. O'Rodsch, dass Chaucer sich damit auf den 14. Februar als Valentinstag bezog. Jack B. O'Rodsch merkte zudem an, dass am 14. Februar auf die Tag- und Nachtgleiche bezogen der Frühling begonnen habe. In England sollten ab dann die Vögel damit begonnen haben, sich zu paaren und zu nisten. Chaucer's Parliament of Fools bezieht sich angeblich auf eine bereits etablierte Tradition. Vor Chaucer ist eine solche aber nicht belegt. Die spekulative Herleitung des Brauches wurde seit dem 18. Jahrhundert insbesondere von Albin Butler in seinem Werk Butler's Lives of Saints, aber auch von anderen Gelehrten in ihren Schriften dargestellt. Vor allem die Idee, dass der Valentinstag die Bräuche der Luperkalien verewige, wurde akzeptiert und auf unterschiedliche Weise bis heute interpretiert. Zu etwa selben Zeit wie Chaucer schrieben viele weitere Berühmtheiten Gedichte über die Paarungen von Vögeln am Valentinstag. Aufgrund der Schwierigkeit, mittelalterliche Werke zu datieren, ist nicht genau festzustellen, ob Chaucer zuerst die Idee hatte und die anderen damit beeinflusste. In der Moderne Im Jahre 1797 brachte ein britischer Verleger das Werk The Young Man's Valentin Writer heraus, das viele Verse für junge Liebhaber enthielt, die nicht selbst dichten konnten. Druckereien hatten bereits begonnen, Valentinskarten mit Versen und Skizzen zu produzieren. Man nannte sie Mechanical Valentines. In England wurden sie im frühen 19. Jahrhundert so beliebt, dass sie in Fabriken hergestellt wurden. Fancy Valentines wurde mit echter Spitze und Schleifen produziert, ab Mitte des 19. Jahrhunderts dann mit Papierspitze. Trotz teuren Portos wurden jährlich 60.000 Valentinskarten in Großbritannien per Post versandt. Nach den Postreformen durch Sir Rowland Hill mit der Einführung der Briefmarke im Jahr 1840 stieg die Zahl der Valentinskarten wegen der Senkung der Postgebühren. 1841 waren es etwa 400.000 Stück. Dies machte die Valentinsgrüße zwar praktischer, jedoch wurden sie weniger persönlich. Außerdem wurde es möglich, die Karten ohne Absender zu verschicken. In der sonst prüden viktorianischen Ära konnten so einfache Verse schnell ausgetauscht werden. Die Produktion nahm weiter zu, in der Cupid's Manufactory, wie Charles Dickens sie nannte, waren über 3.000 Frauen beschäftigt. Die erste Massenproduktion von Valentinskarten mit geprägter Papierspitze fand in den Vereinigten Staaten statt und wurde ab 1848 von Esther Rowland aus Worcester, Massachusetts, vertrieben. Rowlands Vater besaß zwar einen großen Buch- und Schreibwarenladen, sie ließ sich jedoch von einer britischen Valentinskarte inspirieren, die sie von einem Geschäftspartner ihres Vaters erhalten hatte. Mit dem Gedanken, ähnliche Valentinskarten zu entwerfen, gründete Rowland einen Verlag und ließ Papierspitze und Blumendekorationen aus England importieren. Ein Autor in Graham's American Monthly bemerkte 1849, Valentinstag wird, bzw. ist es bereits, ein nationaler Feiertag. Seit 2001 verleiht die Greeting Card Association jährlich den Esther Rowland Award for a Greeting Card Visionary. Seit dem 19. Jahrhundert gibt knapp die Hälfte der britischen Bevölkerung Geld für Valentinsgeschenke aus. Im Jahre 2015 wurden etwa 1,9 Milliarden Pfund für Karten, Blumen, Pralinen und weitere Geschenke eingenommen. Der Handel um den Valentinstag Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in den Vereinigten Staaten zum Vorboten weiterer kommerzialisierter Feiertage. Im Jahr 1868 entwarf der britische Schokoladenhersteller Cadbury Fancy Boxes dekorierte Pralinschachteln in Form eines Herzens zum Valentinstag. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Praxis des Kartenaustausches auf sämtliche Arten von Geschenken ausgedehnt, wie z.B. auch auf Schmuck. Die US Greeting Card Association schätzt den Versand von Valentinstgrüßen in den Vereinigten Staaten auf 190 Millionen. Etwa die Hälfte davon gehen an den eigenen Ehepartner, die Kinder und die Eltern. Wenn die Valentinstagstauschkarten aus der Schulpraxis mit einbezogen werden, erhöht sich die Anzahl auf etwa eine Milliarde. Dabei sind Lehrer diejenigen, die die meisten Tauschkarten erhalten. Die durchschnittlichen Einnahmen zum Valentinstag steigen auch in den Vereinigten Staaten weiter an. Als um die Jahrtausendwende das Internet immer populärer wurde, entstanden neue Traditionen. Millionen Menschen nutzten jährlich digitale Medien um Valentinstagsgrüße wie E-Cards, Liebescoupons oder bedruckbare Grußkarten zu erstellen und zu versenden. Im Jahr 2010 wurden geschätzte 15 Millionen solcher Botschaften mithilfe digitaler Medien versendet. Aufgrund seiner steigenden Kommerzialisierung wird der Valentinstag fast schon als Feiertag angesehen. Das Fest des Heiligen Valentinus und Frühlingsbräuche Während die europäischen Volksbräuche, die mit dem Valentinstag verbunden sind, von den modernen angloamerikanischen Bräuchen, die den Tag mit der romantischen Liebe verbinden, überschattet wurden, gibt es noch einige Assoziationen zwischen dem Heiligen und dem Aufkommen des Frühlings. Neben den britischen Bräuchen, Karten, Blumen, Pralinen und andere Geschenke zu versenden, gibt es heute noch verschiedene regionale Traditionen in England. In Norfolk beispielsweise klopft eine Figur namens Jack Valentine an die Hintertür der Häuser und hinterlässt Süßigkeiten und Geschenke für die Kinder. Dennoch haben viele Kinder Angst vor ihm. In Slowenien gilt der heilige Valentin, dort auch Stravko genannt, als Heiliger des Frühlings, der Gesundheit und als Schutzpatron der Imker und Pilger. Ein Sprichwort besagt, dass der Heilige den Schlüssel für die Wurzeln bringt. Das heißt, an diesem Tag sollen Pflanzen und Blumen zu wachsen beginnen. Am Fest des Heiligen werden die ersten Arbeiten in den Weinbergen und auf den Feldern gefeiert. Es wird auch gesagt, dass sich an diesem Tag die Vögel umwerben und verpaaren. Ein weiterer Terminus lautet Valentin, der erste Frühlingsheilige, der in einigen Regionen den Frühlingsbeginn ausruft. Erst seit kurzem wird der Valentinstag in Slowenien auch als Tag der Liebe begann. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonus-Folgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia-Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Shownotes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke. Dianch. Gelesen von mir, Gelesen von mir, zuerst. Die Sendung bin ich, Die Sendung bin ich, nachdem mich, Ich bin hier in den Shownotes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020